Unser ganzes Leben, so scheint es, ist das vergebliche Bemühen, unsere natürlichen Reaktionen auf alles, was so geschieht, unter Kontrolle zu bekommen. Grundlage der Kontrollierens ist der Dualismus zwischen dem Kontrollierenden und dem Kontrollierten. Wir machen uns kaum hier die Mühe, einmal zu überlegen, wer wohl dieser Kontrollierende ist und was er eigentlich kontrollieren soll. Der Kontrollierende ist eindeutig eine bloß angenommene Figur, die das, was ist, so ändern möchte, dass es ihren Ansprüchen genügt. Entscheidend ist aber, dass dieser Kontrollierende keine Identität besitzt, außer eben als ein durch die Vergangenheit und durch Erinnerungen bedingter Gedanke. Und dann versucht dieser Ego-Kontrollier, etwas zu kontrollieren, was auch nur ein Produkt des Denkens ist. Nehmen wir an, jemand sei über irgendetwas verärgert. Er wird vielleicht versuchen, den Ärger zu unterdrücken oder wenigstens zu rationalisieren. Nur ist es eben so, und darauf hat Maharaj immer wieder hingewiesen, dass man sich nicht von seinem Ärger oder irgendeiner anderen Erregung trennen kann. Denn derjenige, der den Ärger unterdrücken möchte, und der Ärger selbst, sind nicht verschieden, sondern beide Erscheinungen oder Bewegungen im Bewusstsein. Der Kontrollierende ist das Kontrollierte. Ohne Kontrolle zu leben, bedeutet nun nicht, dass man sich alles zu verschaffen versucht, was einem gerade so vorschwebt. In einem natürlichen, unkontrollierten Leben geht es hier gerade um das Nichtwillentliche. Also darum, dass man nichts gezielt und bewusst anstrebt oder vermeiden möchte. Das bedeutet, dass man keine mentale Distanz erzeugt, sondern die Dinge einfach wie in einem Traumstück verfolgt, ohne sich auf sie einzulassen. Das macht den Geist nicht dumpf und leer, sondern im Gegenteil, hellwach, und das Gehirn erfasst präzise alles, was unter praktischen Gesichtspunkten notwendig ist. Der Geist wird dann frei vom gewohnten, endlosen Geplapper und nicht durch bewusste Kontrolle oder irgendeine chemische Wirkung, sondern auf ganz natürliche und mühelöse Art durch bloße Erfassen dessen, was ist. So wird der Geist, der Inhalt des persönlichen oder individuellen Bewusstseins, eins mit dem unpersönlichen oder universalen Bewusstsein und bleibt, was ringsum auch geschehen mag, in der inneren Stile, der nichts mit Raum oder Zeit oder Geräuschen zu tun hat. All das betrifft lediglich die angenommene Person. All das betrifft lediglich die Angelegenheit. All das betrifft. Inhalt